das war eigentlich beim nächsten mal der nächste mal dass ich ihn los ich kommst du mal da raus da wo ich war ich war voll schon soweit aber ich habe die smart ganz total übersehen muss ich sagen das freut mich jetzt um so wenn das ist ja gefühlt da der schießt doch da ist die Klinik, da ist die Leer ich habe noch 139 das ist scheiße fällt mir überhaupt nicht ja die stelle dieser ist leider sehr leer ja nicht von den ja ja wow ok ihr wollt mich hier sterben lassen oder er kann die die ganze zeit nutzen und ich nicht das ist voll die sauerei ich hoffe ich gehe weg mit ihr nicht mehr zu tun haben kommst du bei mir rüber mit einer super gun oder was bist du für ein bauer mann mann ja ja Der bewegt sich mal. Ja, da kann ich nix für. So, Schluss. Du schießt immer mit Raketen nach uns. Nee, nee, nee. So, äh, eigentlich weiß ich da, wo ich das letzte Mal hier drin war, war entweder so eine, so eine... Ja, hier lag auf jeden Fall was. Jo, okay, dann ist das halt nicht mehr der Fall. Aber, der Monitor dich gerne zum Zocken, das ist so... Moment, da, hier geht's raus. Oh, no, 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 no. Hm, ja, nice. Also, das Spiel kann ich nur empfehlen. Ich wusste von dem Spiel vorher nix. Da sehe ich das bei dem Snitter gesehen habe. Der Judo Snitter. Der, das sehr gut, let's play. Ihr könnt ja mal im Kanal mal gucken. Empfehlung der Westen Let's Plays von anderen Let's Playern. Achio, wir haben einen Weg ins Gebäude gefunden. Hatten Sie Glück mit dem Register? Ja, wir haben neue Informationen. Suchen Sie Deckung und melden Sie sich wieder. Verstanden, Achio. Okay. Mission abgeschlossen. Nächste Mission. Ja, ich wusste von vorne spielen. Na. Ein Auto-Märchen, aber das habe ich euch ja schon mal gesehen. Bischof hat die Marke mit seinen eigenen Daten verglichen. Sie haben einen Marine des Schiffs, der sie mit Informationen versorgt. Ob Sie ihn dazu zwingen oder nicht, wissen wir nicht. Von unserem Schiff? Ein Marine der Sephora gekidnappt, sah? Falsches Schiff. Er ist von der Sulaco. Ich verstehe nicht, Achio. Alle Marines der Sulaco sind gefallen. Negativ, Winter. Einer lebt noch und Sie wollen ihn wegbringen. Kein Marine bleibt zurück. Folgen Sie der Mission. Achio, over. Okay, da haben wir also gleich die zweite Kamikaze-Mission bekommen. War die erste nicht Kamikaze-Mission, oder was? Wir haben uns freiwillig gemeldet. Kein Marine bleibt zurück. Ich, ich habe mich nicht gemeldet, um für jemanden anderen zu sterben. Nein, Arschgesicht für einen anderen Marine. Was auch immer mit mir geschieht, versprich mir, dass du den anderen Marine evakuierst. Bella. Versprich es. Versprich es. Oha. Arschgesicht. Oh, wie geil. Oh. Oh. Komm mal. Wir müssen noch rein. Alter, was hat diese knarre denn überhaupt nichts mehr ruf das hat dann jetzt nicht gesehen so da muss ich jetzt hin ja aber jetzt durch rennen oder ob ich langsam durch gehe eine kleine verbrennung kriege ich sowieso ab das ist ganz das ist irgendwie doof gemacht auch wenn in der rocke vorbei ist lauf doch nicht weg du musst aufhalten vorher nachladen nicht vergessen schneckchen hier machst du was mit mit den zwei sag ich euch immer da geht nicht noch mal auf den blut alter was hast du nichts mehr drauf oder einfach rumpusten die moped frau ne ach das war o'neill ok o'neill du sauer dich o'neill ist jetzt die frau er läuft immer weg sehr schön gut gemacht da bin ich doch mit euch zufrieden ok dann nicht aber nachladen können wir ok dann doch nicht und rollpunkt der rei alles klar du gehst drauf du darfst das überleben alle an die linke wand dicht dranbleiben und bleibt aus dem licht aufgrund der war ich ganz langsam hinter den felsen hinter dem lichtstrahl weil sonst hast du da oben die kanone die da drauf feuert warum stehst du da jetzt die halogen strahler angucken oder was ja so ist das wenn man nicht schießt dann nicht mal ganz schnell am boden gell da so hier geht es echt ab die können zwar spritzen wow 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 was war das denn ach da oben war scheiße die sich gelaufen kackert habe ich ja selbst verkackt voll 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 was bei dir nehmen alles voll egal ich muss mal nachladen ok 6 geht nicht hier lang menschen die höhle versiedelt sind nicht blöd dann kommt kein da muss man ist ja bei dir kam ach da scheiße mal nicht aufgepasst gott sei dank so das büro ist du bist ein knaller da kommt schon da war es ist du auch mal alter was ist denn hier kaputt ich brech mir die heftig wett das war die ruhe lasst mich in ruhe sage ich alter verwalter weg hier also wenn ihr da nicht so lange stehen bleibt kommt immer mehr aliens also warte ist das ist das war mal papa alien da war nur 19 ich werde mal die schruten ok kann ich nicht mehr wechseln ich kann die knarre nicht mehr wechsel das hatte ich vorher dachte das wäre ein spielfehler gewesen aber war es nicht deswegen hat die aufgehört und neue angesetzungen aufnehmen die es erscheint ihr nicht zu interessieren dass wir daher gehen oben lag auch was das wollte ich eingesammelt haben das ist zwar rot die macht nicht mehr lange mit den dingen in ihr hatte da war nichts was zum einsammeln ich kann auch nichts einsammeln weil ich die kanonien bevor das kommt aber gleich wieder kommt dass wir gleich noch video modus und so und so und so und so und so und so Vielen Dank.